Im Zeichen des Hexers Der Adventskalender von Nimmer und Meer Keine Frau ist in diesem aufgeklärten Zeitalter so unschuldig, dass sie nicht weiß, mit welchen Lastern Männer und Frauen täglich in Berührung kommen. Mary Lenley hatte bei Maurice Messer jedes Stadium durchgemacht. Erst hatte sie zu ihm das absolute Vertrauen, das ein Vermächtnis ihrer Kindheit war, und dann erkannte sie den richtigen Charakter des Mannes. Sie war weder erschrocken, noch fühlte sie sich unglücklich, als sie die wirkliche Bedeutung von Gwenda Miltons Schicksal begriff. Es war eigentümlich, dass ihr niemals in den Sinn kam, ihr drohe irgendeine Gefahr von Maurice. Sie waren immer gute Freunde gewesen. Ihr früherer Verkehr war so eigenartig vertraut gewesen, dass sie niemals argwöhnte, dass der Puls von Maurice Messer schneller zu schlagen anfing, wenn er sie sah. Sein Anerbieten, ihr das Zimmer im oberen Stockwerk zur Verfügung zu stellen, hatte sie lediglich als eine Freundschaft seinerseits aufgefasst. Ihre Weigerung, dieses Anerbieten anzunehmen, entsprang hauptsächlich ihrer Unabhängigkeitsliebe und ihrer Abneigung, eine Gastfreundschaft anzunehmen, die vielleicht lästig werden konnte. Hinter allem aber lag die instinktive Abneigung einer Frau, sich einem Mann zu sehr zu verpflichten. Als sie zwei Tage nach der Besprechung in Scotland Yard am Morgen zur Arbeit kam, war das Haus voller Arbeiter, die am großen Fenster einen neuen Fensterrahmen anbrachten. »Wir wollen ein Gitter anbringen, Miss«, erklärte ihr einer der Arbeiter. »Hoffentlich werden wir sie nicht stören.« Mary lächelte. »Wenn das der Fall ist, werde ich in einem anderen Zimmer arbeiten.« Warum Gitter vor die Fenster? Soweit sie sehen konnte, waren nur wenige Wertsachen vorhanden, obgleich Mr. Messers Tafelsilber eines der schönsten war. Hackett wurde niemals müde, über das Silber zu sprechen. Es fesselte ihn. »Jedes Mal, wenn ich die Milchkanne putze, fürchte ich mich vor neun Monaten«, sagte er zu ihr, »und die Erwähnung des Gefängnisses brachte sie aufs Scotland Yard.« »Herr, Miss«, meinte Sam, »ich habe mit dem Oberkommissar gesprochen. Ist doch komisch, dass die Polypen nichts herausfinden können, ohne sich an unsereinen zu wenden.« Worüber wollte er sie sprechen, Hackett? »Herr, Miss«, Sam zögerte. »Es war über einen Freund von mir, einen Herrn, den ich früher kannte.« Mehr wollte er nicht sagen. Sie wußte nicht, was sie davon denken sollte. Bei der ersten Gelegenheit fragte sie Messer, was der entlassene Sträfling meinte, aber auch er wich der Frage aus. »Sie werden gut tun, meine Liebe, mit Hackett nicht so viel zu reden«, riet er ihr. »Der Mann ist ein Lügner. Er würde sonst was sagen, um jemandem eine Schrecken einzujagen. Haben Sie etwas von Johnny gehört?« Sie schüttelte den Kopf. Ein Brief wäre an diesem Morgen fällig gewesen, und da er nicht eingetroffen war, fühlte sie sich enttäuscht. »Warum lassen Sie das Gitter anbringen, Maurice?« »Um schlechte Menschen fernzuhalten«, sagte er leicht hin. »Ich sehe es lieber, wenn Sie durch die Tür kommen.« »Es ist abends hier sehr einsam«, fuhr er fort. »Mary, können Sie sich vorstellen, was für ein einsamer Mensch ich bin?« »Warum gehen Sie nicht mehr aus?«, schlug sie vor. Er schüttelte den Kopf. »Das ist gerade das, was ich augenblicklich nicht tun möchte«, antwortete er. »Ich wäre dankbar, wenn mir irgendjemand Abends Gesellschaft leistete.« »Meine liebe Mary, ich will nicht wie die Katze um den heißen Brei herumgehen, aber ich würde mich freuen, wenn Sie einige Abende hier bei mir zubrächten.« »Es tut mir leid, Maurice, aber das kann ich nicht«, antwortete sie. »Ich weiß, dass diese Worte nach allem, was Sie für mich getan haben, sehr undankbar klingen, »aber sehen Sie nicht ein, wie unmöglich das ist?« Er sah sie mit halbgeschlossenen Augen an und faßte ihre Weigerung nicht als endgültig auf. »Wollen Sie nicht einen Abend zum Essen kommen?« »Ich will Ihnen die wunderbarste Sonate vorspielen, von der je ein Komponist geträumt hat.« »Es ist langweilig, mir selbst vorzuspielen«, fuhr er fort, ohne Ihr Gelegenheit zur Antwort zu geben. »Denken Sie nicht, dass Sie es über Ihr Herz bringen könnten, einen Abend herzukommen.« Es war wirklich kein Grund vorhanden, warum sie es nicht tun sollte, und doch zögerte sie. »Ich will es mir überlegen«, meinte sie. An diesem Nachmittag wurde Mr. Messer ein ganz ungewöhnlicher Fall übertragen. Ein betrunkener Motorradfahrer war auf der Fahrt festgenommen worden. Sie wollte gerade nach Hause gehen, als Mr. Messer in großer Eile zurückkam. »Gehen Sie doch nicht, Mary. Ich möchte noch an Dr. Lomond einen Brief über diesen bedauernswerten Gefangenen schreiben.« Lomond hat in seinem Bericht gesagt, dass der Mann betrunken war, aber ich will seinen eigenen Arzt hinzuziehen. Und der alte Schotte soll bei der Untersuchung zugegen sein. Er diktierte ihr den Brief, den sie niederschrieb, und ihm zur Unterschrift brachte. »Wie kann ich das Schreiben Dr. Lomond zustellen?«, fragte er und blickte sie an. »Würden Sie etwas dagegen haben, ihm den Brief zu bringen?« »Es ist kein Umweg für Sie. Er wohnt in der Shadlow's Road.« »Das tue ich gern«, sagte Mary lächelnd. »Ich würde mich freuen, den Doktor wiederzutreffen.« »Wieder? Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen?«, fragte er schnell. Sie erzählte ihm von der kurzen Unterhaltung, die sie vor Scotland Yard gehabt hatte. Messer biß sich auf die Lippen. »Das ist ein gerissener alter Teufel«, äußerte er nachdenklich. »Ich würde mich nicht wundern, wenn er mehr Gehirn hätte als ganz Scotland Yard zusammengenommen.« »Lächeln Sie ihn freundlich an, Mary. Denn ich möchte sehr gern, dass ich meinen Klienten von der schweren Anklage frei bekomme.« Mary fragte sich, als sie das Haus verließ, welchen Einfluss ein freundliches Lächeln haben könnte, um die Diagnose eines Arztes zu ändern. Sie nahm ganz richtig an, dass der Polizeiarzt nicht der Mann war, sich von äußeren Eindrücken beeinflussen zu lassen. Dr. Lomans Zimmer lagen in einem kleinen, finster aussehenden Haus, in einer noch finstereren kleinen Straße. Die Wirtin, die auf das Klopfen antwortete, führte Mary in ein Wohnzimmer, das aus dem viktorianischen Zeitalter stammte. Hier saß in einem höchst unbequemen Lehnstuhl der Doktor, ein offenes Buch lag auf seinen Knien, und eine stahlumrenderte Brille saß auf seiner Nasenspitze. »Nun, nun, meine Liebe«, sagte er, indem er das Buch zuschlug und sich vorsichtig erhob, »was führt sie zu mir?« Sie übergab ihm den Brief, den er öffnete, und las. Zwischendurch stieß er halblaut Wörter hervor, die, wie sie annahm, nicht für sie bestimmt waren. »Ah, von Messer. Der Schuft. Wegen des Betrunkenen. Ich dachte es mir. Er war betrunken und ist betrunken, und alle berühmten Ärzte aus der Harley Street können ihn nicht nüchtern machen. Sehr gut, sehr gut.« Er faltete den Brief zusammen und steckte ihn in die Tasche. Dann schaute er Mary über die Gläser freundlich an. »Hat das Sie zum Boten gemacht?« »Wollen Sie sich nicht setzen, Miss Lenley?« »Dankeschön, Doktor, aber ich muss schleunigst nach Haus.« »Das ist gut. Und Sie würden weiser handeln, wenn Sie in Ihrer Wohnung blieben.« Sie wußte nicht, was sie veranlasste, es dem Arzt zu erzählen, aber ehe sie sich darüber klar wurde, was sie sagte, hatte sie schon die Hälfte der Geschichte vom Einbruch erzählt. »Inspektor Bliss?« fragte er nachdenklich. »Er war der Mann. Ja, ich habe davon gehört.« »Alan Wambury hat es mir erzählt. Das ist ein ganz netter Junge, Miss Lenley,« fügte er hinzu und blickte sie verschmitzt an. »Ich will Ihnen etwas sagen.« »Sie wundern sich, warum Bliss in Ihre Wohnung eingedrungen ist?« »Ich weiß es nicht und kann es nicht mit aller Genauigkeit behaupten, aber ich bin Psychologe und ich wäge gesunde Möglichkeiten gegen exzentrische Impulse ab.« »Das klingt Ihnen wie griechisch und ist auch für mich beinahe griechisch, Miss Lenley.« Bliss stieg in Ihre Wohnung ein, weil er dachte, dass Sie etwas besitzen, das er sehr gerne haben wollte. »Und wenn ein Polizeibeamter irgendetwas unbedingt braucht, wagt er alles Mögliche. Sie haben nichts vermisst?« Sie schüttelte den Kopf. »Nichts als einen Brief, der mir nicht gehörte. Er wurde von Mrs. Milton bei mir verloren. Ich nahm den Brief und legte ihn in eine Lade. Das war alles, was verschwunden war.« Er rieb sich das stoppelige Kinn. »Konnte Inspektor Bliss wissen, dass der Brief bei Ihnen war? Und wenn das der Fall war, warum nahm er an, dass es wohl wert sei, hier für den Hals zu wagen? Und wenn er ihn fand, was hat er entdeckt?« Lomond schüttelte den Kopf. Er begleitete sie bis zum Ausgang und blieb am oberen Ende der Treppe stehen, um ihr zuzuwinken. Dabei hing ihm die unvermeidliche Zigarette im Mundwinkel unter dem weißen Schnurrbart. Eine unangenehme Veränderung war in Maurice Messer seit seinem Besuch in Scotland Yard vorgegangen. Er trank sehr viel. Die Weinbrandflasche stand niemals fern von seinem Tisch. Am Morgen sah er alt und krank aus. Manchmal kam er nach dem Frühstück in das große Zimmer, setzte sich an das Klavier und fing zu Marys Leidwesen an, stundenlang zu spielen. Und doch spielte er wunderbar. Er hatte den Anschlag eines Meisters und das Gefühl eines Begeisterten. Manchmal glaubte sie, dass er umso besser spielte, je betäubter er war. Er saß am Klavier, seine Augen starrten ins Leere und er schien nichts zu sehen und zu hören. Mary musste lange warten, bevor sie von ihm eine verständige Antwort auf ihre Fragen bekam. Er fürchtete sich vor allem Möglichen, sprang beim leisesten Geräusch auf und wurde durch ein unerwartetes Klopfen an der Tür in einen panikartigen Schrecken versetzt. Hackett, der im Haus schlief, wusste allerhand düstere Geschichten anzudeuten, die während der Nacht vorkamen. Einmal fand er Messers Tisch voll Weinbrandflaschen, die alle bis auf eine leer waren. Zwei Tage, nachdem die Arbeiter Messers Haus verlassen hatten, hörte Alan Wambury im Dienstzimmer, wie das Telefon läutete, und der diensthabende Sergeant den Anruf beantwortete. »Für Sie, Mr. Wambury«, rief der Sergeant, und Alan nahm ihm den Hörer aus der Hand. Es war Hackett, und seine Stimme klang aufgeregt. »Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber seit heute Morgen drei Uhr hat er ein Teufelsspektakel gemacht. Können Sie nicht einen Arzt herbringen, Mr. Wambury?« »Was ist mit ihm geschehen?«, fragte Alan. »Ich weiß es nicht. Er hat sich in sein Schlafzimmer eingeschlossen und schreit wie ein Verrückter.« »Ich komme gleich«, erwiderte Alan und legte den Hörer in dem Augenblick nieder, als Dr. Lomond aus dem Zellenhaus zurückkam. Das war der zweite Fall von Delirium, zu dem der Doktor während dieser Nacht gerufen wurde. »Es kann das Trinken sein, vielleicht aber auch das Rauschgift«, äußerte Lomond, während er sich langsam die baumwollenden Handschuhe anzog. »Ich werde Sie begleiten. Vielleicht kann ich eine Gerichtsverhandlung vereiteln.« Eine Viertelstunde später stand Wambury vor der schwarzen Tür und drückte auf den Klingelknopf. Die Tür wurde von Hackett sofort geöffnet, der nur mit Hemd und Hose bekleidet war. Auf seinem Gesicht war der Ausdruck wirklicher Sorge. »Was soll das bedeuten, Sam?«, fragte Wambury ernst. »Die Polizeiwache nach einem Polizeiarzt anzurufen. Warum haben Sie nicht Messers eigenen Arzt benachrichtigt?« »Ich weiß nicht, wer sein Arzt ist. Und er hat tot und Teufel geschrien. Ich wusste nicht, was ich mit ihm anfangen sollte.« »Ich will mit ihm sprechen«, meinte Lomond. »Wo ist sein Zimmer?« Sam ging an eine Tür und öffnete sie. Dr. Lomond stieg die Treppe empor. Bald verklangen seine Schritte. »Sie hatten Angst, dass man sie verdächtigen würde, wenn er stürbe,« fragte Wambury. »Das ist eben das Schlimme, wenn man einen schlechten Ruf hat, Hackett.« Er nahm ein silbernes Tablett vom Tisch. Messer hatte überraschend gutes Silber. Sam war ein aufmerksamer Zuschauer. »Ist das nicht mächtig schwer?«, fragte er mit beruflichem Interesse. »Das würde sich gut verkaufen lassen. Was könnte ich denn dafür bekommen?« »Ungefähr drei Jahre«, erklärte Arne kalt, und Mr. Hackett schloss die Augen. »Hören Sie, Mr. Wambury«, fragte er plötzlich. »Was macht Bliss in Ihrem Bezirk?« »Bliss?« »Binnen Sie sich dessen sicher, Sam?« »Ich kenne sein Gesicht zu genau, um mich zu irren. Seitdem ich hier bin, treibt er sich hier herum.« »Warum?« »Ich weiß es nicht«, beteuerte der entlassene Sträfling. »Gestern habe ich ihn oben versteckt gefunden.« »Mr. Bliss?«, fragte Wambury erstaunt und ungläubig. »Ich fragte ihn, was machen Sie hier?«, fuhr Sam mit Nachdruck fort. Wambury schüttelte den Kopf. »Sie lügen.« »Gut«, entgegnete Sam entrüstet. »Er hängt ja alle zusammen wie die Kletten.« Lomens Schritte ertönten auf der Treppe, und bald darauf trat er ins Zimmer. »Bist du wieder ruhig, Doktor?«, fragte Wambury. »Messer! Himmel, ja! Ein tüchtiger Kerl!« »Messer! Das ist eine alte englische Familie. Sie kamen beinahe mit dem Eroberer herüber. Aber der Eroberer verlor den Krieg.« Lomens roch an der Flasche, die auf dem Tisch stand, und Wambury nickte. »Das ist das Gift, das ihn tötet.« Lomens roch nochmals. »Das ist schottischer Whisky. Das ist das beste Gift, das ich kenne. Das und Kokain.« »Wambury, das wird Messers Ende sein.« Er schaute sich im Zimmer um. »Wambury, das ist ja ein sehr seltsames Büro.« »Ja«, bemerkte Alan trocken. »Und manche seltsamen Sachen mögen in diesem Zimmer passiert sein.« »Hat man Gitter vor den Fenstern angebracht?«, fragte er, sich an Sam wendend, und der Mann nickte. »Jawohl, Sir. Wozu sollen die dienen?« Um den Hexer fernzuhalten. Sam Hacketts Gesicht wurde eine Studie. »Den Hexer?«, sagte er erstaunt. »Dazu sind Sie also da.« »Ich gebe meine Stellung auf. Ich wunderte mich schon, warum er die Gitter anbringen ließ und warum er verlangte, dass ich hier im Haus schlafe.« »Oh, Sie fürchten also den Hexer?«, fragte Lohman voller Interesse, aber auch mit kaum merkbarem Spott. Und Wambury kam Sam zur Hilfe. »Seien Sie nicht albern, Hackett. Alle fürchten den Hexer.« »Ich möchte nicht für hunderttausend Pfund nachts in diesem Haus bleiben,« sagte Sam inbrünstig, und der Doktor lächelte. »Das ist eine ganze Masse Geld für einen zweifelhaften Dienst,« bemerkte er trocken. »Lassen Sie uns einen Augenblick allein, Mr. Hackett.« Er schloss selbst die Tür hinter dem beunruhigten Sam. »Kommen Sie hinauf und schauen Sie sich Messer an,« sagte Lohman, und Alan folgte ihm die Treppe hinauf. »Er ist noch am Leben,« fügte Lohman hinzu, als sie in der Tür standen. Messer lag auf dem zerwühlten Bett. Er atmete schwer, sein Gesicht hatte eine purpurne Farbe, und seine Hände hielten krampfhaft die seidene Steppdecke fest. »Kommen Sie auf!« Amen.